Hey Freunde, willkommen zurück zu NBA 2K14. Wundert euch nicht, dass wir direkt in der Halle stehen. Mir ist beim Laden des Spielstands mein Spiel abgestürzt. Das heißt, wir sind ganz regulär. Ihr habt nichts verpasst. Wir waren ja beim letzten Mal noch im Auto auf dem Weg zur Arena. Es gab keine Zwischensequenz, kein Nichts. Ich habe das Spiel starten gedrückt, beziehungsweise hat die Aufnahme gestartet, Spiel starten, das Spiel froh ein. Und dann dachte ich mir, dann kann ich die Aufnahme auch hier mittendrin im Spiel direkt starten. Soll uns ja egal sein. Wer sich nicht mehr daran erinnern kann, ich mache mal den Kommentar ein bisschen hoch. Wir haben beim letzten Mal eine Herausforderung bekommen. Ich weiß nicht, ob ich die hier irgendwo im Menü einsehen kann. Ich vermute nicht. Da müsst ihr wahrscheinlich ins Hauptmenü und das bedeutet, das Spiel verlieren an der Stelle. Aber ihr erinnert euch wahrscheinlich daran. Wir haben beim letzten Mal gesehen, es gab die Social Media Herausforderung im Spiel gegen die Raptors, in dem wir jetzt drin sind, dass wir 10 Punkte erreichen sollen. Und ja, da versuchen wir diesmal mal unser Bestes, dass das irgendwie gelingt. Ja, wie üblich sind wir natürlich nicht zum Start auf dem Feld. Wir sehen schon, wir sitzen auf der Bank. Die Raptors spielen gegen die Bobcats. Heimspiel an der Stelle für uns. Könnten uns das jetzt anschauen, aber ganz ehrlich, wir springen lieber direkt zu unserem ersten Einsatz. So, unser Gegner ist Landry Fields. Die Nummer 2. Mal gucken, wann wir eingesetzt sind werden. Okay, 2 Minuten 41 auf der Shot Clock. Beziehungsweise nicht der Shot Clock, auf der Uhr. So, du musst gut ins Spiel kommen. Verschaff dir ein paar freie Würfe und verwandeln drei der nächsten vier Versuche. Das ist schon direkt wieder so ein dynamisches Ziel, wo ich mir denke, Hilfe. So, das könnten wir natürlich. Ja, ich hab eigentlich nicht das voll provoziert, aber danke, dass wir es kriegen. So, nachdem wir, ja, schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Freiwürfe sind echt immer so eine Sache. Äh, nicht gut. Ich hoffe nicht, dass das in die nächsten Versuche reinzählt. Ja, zumindest war der drin. Übrigens, interessant von der Info. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, über die Bobcats. Also, nachdem wir beim letzten, beziehungsweise vorletzten Mal gedraftet wurden. Ist ja ein Team von Michael Jordan. Das haben wir in diesem Vorstellungsvideo unserer Bobcats gesehen. Waren damals mal die Charlotte Hornets in den 90ern. Wurden dann irgendwie 2013 oder sowas umbenannt. Und, oh, schöner Block hier. Komm, 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 komm. Ja, sauber. Rebound geholt. Komm, Kollege. Schlechte Passangabe. Ich geb euch gleich schlechte Passangabe. Ich hab versucht, da mal so ein bisschen durchzugehen. Nicht, dass die Shot Clock abweckt. Komm, geh rein. Verdammt. Es hat aber nicht das dynamische Ziel verhauen. Also haben die Freiwürfe nicht reingezielt. Das ist sehr gut. Wie gesagt, waren damals mal die Charlotte Hornets. Und was, glaube ich, ganz interessant ist, ist, dass sie wieder ab 2014 die Hornets werden sollen. Das heißt, man beruft sich auf alte Werte. Legt den Bobcat-Namen ab. Ähm, ja, ist ein bisschen komisch, um ehrlich zu sein. Ich mein, ich find's ja immer komisch, wenn Teams sich umbenennen nach ein paar Jahren. Aber, na gut, ändern kann man's auch nicht. Aber gut, wenn's jetzt im nächsten Jahr erscheint, dann wird's wahrscheinlich nicht mehr die Bobcats geben, sondern die Hornets einfach wieder. So, ich versuch's weiterhin. Das ist natürlich ein sehr schlechter Pass, wenn man eine Person auf den Rücken wirft. Äh, sorry, Dude. Ah, die geben, die spielen relativ gut bisher. Na, verdammt. Na gut, ähm, für... Oh, das ist aber auch ein schicker Bart, den der Kerl hat. Respect the Beards, guys. Ähm, ihr habt mich ein paar Mal jetzt schon gefragt, wie sieht das aus, ähm, bezüglich... Na, komm her, komm her, komm her, komm her. Ja, ja, danke. Äh, wie sieht das aus, wenn man hier redet? Kollege, äh, verdammt, ich wollte eigentlich noch zur Mitte geben. Komm, mach den rein. Ja, sehr schön. Ähm, wie sieht das aus, wie häufig erscheint NBA jetzt? Weil diese Woche war's ja tatsächlich so. Ich muss zugeben, ich bin so ein bisschen überrascht, wie gut die Reihe angekommen ist. Ähm, ich hab das nicht unbedingt erwartet. Wir hatten zwar damals zu, äh, 12... Ich glaub, es war 12 schon mal eine Let's Play-Reihe. Äh, zu NBA. War's 12? Ich glaub, es war 12. Ähm... Die auch sehr gut ankam, ähm, aber es hat mich echt ein bisschen überrascht, dass wir teilweise ein bisschen in 24 Stunden, äh, dann irgendwie so an die... Oh, na, oh, das war mein Fehler. Ähm, dass wir in so vielen, in so kurzer Zeit eigentlich so gute Zahlen haben, dass wir innerhalb von 24 Stunden dann an die 600 Views haben oder sowas, das hat mich echt schon relativ überrascht. Und deshalb, ähm, bis auf weiteres, solange das gut läuft, werden wir dann erstmal täglich ausstrahlen. Und, äh, äh, ich werd's natürlich die, 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 die Folgenreihe anpassen. Es macht keinen Sinn, euch irgendwie 30 Minuten Folgen zu präsentieren. Wenn wir... Komm, Kollege, werf, 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 sauber. Noch den Rebound geholt. Ähm, wenn wir am Ende nur irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, ihr wollt das Zeug ja auch schauen. Und ich weiß genau, ich kenn das von mir selbst, wenn man vielleicht eine Stunde am Tag Zeit hat für Videos, dann will man nicht wahrscheinlich eine halbe Stunde mit einer Serie verschwenden, sondern versucht möglichst viel reinzukriegen. Und ich weiß natürlich auch, ihr schaut nicht nur mich, sondern ihr schaut auch andere Leute und, ähm, deswegen denke ich, werden wir es dann immer so, wie es passt, so 15, maximal 20 Minuten pro Part, auf kurz oder lang, und das hab ich schon angekündigt, wird's auf jeden Fall wieder so aussehen, dass wir die, äh, Reihe dann alle zwei Tage machen, weil ich muss das Zeug auch irgendwie hochladen können. Und, ähm, was viele von euch natürlich nicht wissen ist, Gott, 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 ah, verdammt, damit ist das, ähm, dynamische Ziel weg. Was viele von euch natürlich nicht wissen ist, dass so ein Part für mich zum Upload meistens an diese, äh, sechs bis sieben Stunden dauert, und das ist schon, naja, wenn ich das täglich mach, dann läuft mein Rechner fast durchgängig, und da muss ich ganz ehrlich sein, das, äh, da muss ich irgendwann mich auf zwei Tage einpendeln, ähm, oder wenn das Interesse abnimmt, vielleicht auch mal weniger Parts, aber, ähm, da will ich mich jetzt noch nicht drauf berufen, wie genau was machen. Kommt schon, ja, sauber. Ich denke, wir müssen ja zehn Punkte in diesem verfluchten Spiel machen, was haben wir jetzt, drei? Oh, fast. Oh, nein, 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 verdammt. Da geht unsere C-Plus-Wertung wieder flöten. Ich glaube, ich muss immer wieder ein bisschen mehr auf das Spiel, ach, schlechten Pass angefangen, ich hab schon wieder X gedrückt, das war der Fehler. Ja, der steht natürlich auch nicht wirklich frei. Ja, und wenn ihr fragt, warum ich so häufig zum Korb ziehe, ist, liege ich an den zehn Punkten, ähm, ich weiß genau, von der Dreierlinie schaffe ich das niemals, die komplett zu holen. Deswegen, ich muss dahin, und wir wurden ja auch positionell auf Small Forward verschoben in diesem Spiel. So, aber ich will natürlich nach Möglichkeit so beenden, wie ich beim letzten Mal beendet habe, und das war ja eigentlich eine sehr gute Teamleistung. Wir haben ja, glaube ich, mit B- oder B-Plus beim letzten Mal beendet, also das war schon sehr vielversprechend. Ja, wir könnten natürlich... Sauber, Jungs, ja. Äh, im Grunde genommen ist es, auch wenn die Kollegen den Korb machen, ist ja auch schön. Ähm, das Problem ist einfach nur diese, diese Twitter-Herausforderung, die wir bekommen haben, die möchte ich ungern verlieren, also, da bin ich ja ganz ehrlich. Deswegen, ich muss mir eigentlich mehr den Ball anfallen in dem Match, auch wenn es vielleicht, äh, auf Gunsten, oh, auf Gunsten meiner Leistung geht, dass meine Wurfquote komplett im Arsch ist, wie wir es momentan sehen. Oh, Kollege, du siehst aber angefressen aus, Johnson. Johnson in Johnson. Also, ihr klatscht aber auch, alles schön im Takt. So, wir sind wieder auf Shooting Guard verschoben, das heißt, man will von uns die Dreier sehen und ich würde auch gerne die Dreier machen, weil damit komme ich, naja, deutlich einfacher zu Bergen. Komm, hier, zack. Komm, mach das Ding, mach das Ding, mach das Ding. Achso, vielleicht sollte ich auch mal aufrücken. Oh, sauberst. Ja, bringt uns natürlich kein Assist, weil er das Ding so lange in den Händen gehalten hat. Können natürlich auch mal versuchen, ich dachte, schade, ich dachte, vielleicht mal so einen schönen Stil. Vergiss es. Man versucht natürlich immer, sich eigentlich nicht direkt am Mitspieler zu positionieren. Sauber. Jetzt gehen wir mal nach vorne, jetzt versuchen wir uns das Ding mal selber zu holen. Oh, geblockt der Wurf. Da hätte ich besser in die Post gehen sollen. Ach, verdammt. Da wäre es tatsächlich besser gewesen, in die Post zu gehen. Ich versuche das jetzt nochmal, ich muss noch ein paar Punkte machen. Hier, gib her den Ball. Ich habe keine Zeit für solche Spieltieren. Komm schon. Sauber. So, wir müssen jetzt echt mit der Post Punkte holen. Ähm, fünf brauchen wir noch. Damit wir zumindest diese Herausforderung schaffen. Ich weiß nicht, ob es dafür extra VC gibt. Ich hoffe es mal. Denn wir brauchen einfach Punkte. Ah, schade. Ja, ist ein knappes Spiel. 37 zu 38. Also noch liegen wir natürlich vorne. Kollege, gib her. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, so knapp. Das wäre natürlich jetzt schön gewesen. So ein schöner Buzzerbieter. So in letzter Sekunde, zack, das Ding noch rein. Zwiebeln. Tja, man kann nicht alles haben. Hey Kevin, well Coach Casey, obviously it's early in the season, but how would you say this team is shaping up in terms of its chemistry and personnel wise? I love our guys. We have a great group of young men, with a completely hard. And it feels good, because I know our guys are totally engaged and focused and giving us what they have. Coach, thanks for the time. Gentlemen, back to you. Okay, Doris, thanks. Dorisburg ist unglaublich schlecht getroffen in diesem Spiel. Die sieht aus wie so eine, kennt einer von euch, Navy CIS LA, Hattie, also die Chefin des Teams. Ich finde, so sieht die hier virtuell so ein bisschen aus. Dabei, so schlimm sieht Dorisburg gar nicht aus. Also zumindest anhand von Bildern, die ich mir auf Google angeschaut habe. So, wohin geht's? Ich habe es schon gesehen, im dritten Gegner ist Rudy Gay. Okay, drei Minuten auf der Klopp. Ich weiß, dass du mein Problem hast, aber wir brauchen dich. Ich triff die richtige Entscheidung und verwandle deine nächsten Würfe. Ach, schon wieder sowas. Immer diese Sache, verwandle die nächsten Würfe. Komm, gib her. Sauber. So, ich gehe wieder in die Post. Ich dachte, ich gehe in die Post. Ach, wisst ihr was? Zack, gehen wir mal ab. Komm, mach das Ding rein, mach das Ding rein. Das hätte so schöne Punkte in meiner Wertung gegeben. Oh, Buick ist jetzt unser Ziel. Nein, 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 nein. Okay, da könntest du mal stehenbleiben, Kollege. Was bist du denn hier? Okay, er wirft, er wirft jetzt. Los, wirf, wirf. Sauber, 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 sauber. Ja, ich meine, wenn wir uns den Defensiv... Schlechte Passauswahl. Geh mal weg hier. Komm schon. Ja, sauber. Okay, damit waren es noch drei. Ich meine, ein Dreier sollte ich doch treffen. In den zwei Vierteln, die noch übrig sind. Das kann doch nicht das große Problem sein. Oh, schöner Eliub. Also das muss man ihn lassen. Holy moly. So ein Ding möchte ich auch mal reinmachen. Komm schon, komm schon, komm schon. Und da ist das dynamische Ziel schon wieder abgeraucht. Ey, einer nicht drin und schon ist es weg. Mann, da muss man ein bisschen auf Risiko, ein bisschen den Spieler ein bisschen was zutrauen lassen. Das ist ja teilweise grausam. Oh, schade, da war ich so nah dran. Mann, da war ich so nah dran, das Ding mit Stil wegzuholen. Na, aber schön gespielt, natürlich. Ich meine, wenn ich mehr Pull im Team hätte, hätte ich mir schon längst mal, äh, wie hier wieder... Wisst ihr was, was soll's? Oh, ein bisschen spät, ein bisschen spät. Zeller, komm, Zeller! Verdammt, Zeller, du Pfeife! Ach ja. Na komm. Na kommt, wie gesagt. Noch ist hier nix entschieden. Es ist noch genug Zeit. Schlechter Blockversuch. Hallo, das war ein ausgezeichneter Blockversuch. Oh, ein schöner Dreier. Naja, wir liegen noch vorne. Mein Gott, Sieg ist Sieg, ne? Ich brauch die VC. Ich brauch die Treffer. Komm, ich brauch die Treffer. Ich geh weiterhin in die Post. Ich geh weiterhin in die Post. Ich muss diese 10 Punkte machen, Freunde. Ähm, auch wenn es weh tut heute in Bezug auf die Wertung. Aber ich brauch diese 10 Punkte. Ich will zumindest wissen, was passiert. Lohnt es sich, diese, diese Social Media Challenge in irgendeiner Art und Weise, ähm, anzugehen? Oder kann ich die demnächst ignorieren, weil die eh keine VC oder irgendwas geben? Komm schon, komm schon. Mann, da kann doch nicht sein, dass heute kein Dreier reingeht. Oh Gott. Oh, verdammt. Punkte zugelassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber zumindest schön gespielt. Zumindest sehen wir heute mal so ein paar schöne Highlight-Spielzüge. Ja, das kann nicht jedes Spiel gut sein. Komm schon. Sauber. Okay, damit haben wir das Ziel erreicht. Jetzt können wir uns, wir sehen, Social Media Herausforderung abgeschlossen. Perfekt. Ähm, damit können wir uns jetzt wirklich darauf konzentrieren, unsere Wertung zu steigern für das restliche Spiel. Schade. Gut, also das heißt, wir können jetzt schöne Teamarbeit machen. Nicht mehr in dem Viertel, aber im nächsten Viertel können wir uns wirklich darauf verlassen, dass das Team einigermaßen gute Arbeit kriegt. Oh. Oh. Der war natürlich, und das Krasse ist, diese Dinger gehen erstaunlicherweise relativ häufig mal rein, weil, ähm, ich hab's erlebt, als ich mit Benjamin, als wir unseren großen Launch-Event hatten, dass wir da zusammen gespielt haben, und da hab ich's wirklich erlebt, dass wir, äh, gezockt haben und zweimal das Ding hinter der Mittellinie von da aus reinging. Keine Ahnung, ob's daran lag, dass noch keine Patches installiert waren, aber das war schon relativ heftig. Gut, gucken wir mal, wann wir eingewechselt werden. Ähm, Demar DeRozan ist unser direkter Gegenspieler. Ja, zwei Minuten, da ist natürlich, ja, wäre vielleicht schöne C-Plus-Wertung irgendwie noch rauszuziehen. Zumindest das. No, no, no. Na. Ich hab's so Gefühl, der gibt nach hinten. Okay, läuft aber Routen momentan. Nein, 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 du gehst nicht durch. Sehr schön, sehr schön. Ach, ja, komm, danke, Zeller. Das, das, äh, da bedanke ich mich bei dir. Denn das hätte natürlich wie einen Abzug gegeben. Also, weil ihm ist natürlich, die Uhr läuft unaufhörlich runter. Nicht so schön für uns. Komm, jetzt holt uns einen Rebound. Na, schau mal. Okay, das Problem ist natürlich, wir liegen mittlerweile auch wieder hinten. Das sah auch mal anders aus. Schön. Gibt mir zwar nichts, aber wir kommen zumindest wieder ran. Ich meine, mit einem Dreier ist das Ding wieder komplett offen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich heute der bin, der den Dreier werfen sollte. So häufig wie ich heute schon Dreier daneben gekloppt habe. Und die spielen es natürlich jetzt auch extrem aus. Verdammt. Komm, sauber, 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 sauber. Das ist natürlich auch geil. Warum geht man da nicht und macht den Dank? Naja, aber wir sind wieder dran bis auf zwei Punkte. Sehr schön. Jetzt wird es nämlich richtig interessant und wir sind auf einer C-Plus-Wertung, da wo ich hin wollte. Jetzt wäre es natürlich schön, vielleicht noch so ein bisschen die zu steigern. Das wird zumindest bis zu... Das war... Holy shit! Ja, da habe ich so schön am Bann geklebt und dann hat er sich gelöst. Auf den wollte ich gar nicht geben. Ich wollte nach vorne abgeben. Mann! Komm, gib Herzzeller. Ich mache das Ding. Oh, was ist das denn? Persönliches Foul. Ja, ich weiß natürlich, und das habt ihr mir gesagt, ich glaube, ich habe es gerade schon angesprochen, es gab den Tipp schon in den Kommentaren. Ich sollte nur von bestimmten Positionen werfen. Zum Beispiel, wo ich jetzt stehe, also entweder von den Außenseiten oder von den, also nicht direkt vom Kreis Scheitelpunkt, sondern einfach auf den Seiten vom Kreis. Ist ja kein Kreis, vom Oval, aber manchmal, da denkt man, man steht gut, man steht frei. Das müsste klappen. Müsste. Wenn müsste nicht so ein Scheißwort wäre, ne? Warum muss ich denn den Einwurf machen? Und ich will das Ding eher, ich denke, es wird schwer, hier noch irgendwie die Wertung zu verbessern. Komm, mach das Ding, mach das Ding rein. Ja, sauber. Ja. In letzter Sekunde quasi auf C plus gerettet. In allerletzter Sekunde. Ja, jetzt geht es natürlich an die persönlichen Fouls, um möglichst den Ball schnell wieder zu bekommen. Ha, noch ist nichts entschieden, wenn er jetzt beide daneben macht. Ah, die fliegen zu gut. Die fliegen einfach zu gut. Ich komme auf den daneben. Ja. Und schon wird es wieder schwierig. Hallo? Hallo? Verdammt. Dann sind wir wieder auf der C-Wertung zurück, weil ich einen schlechten Pass angefordert habe. Aber es geht natürlich weiter mit den Fouls. Mit den Fouls! Oh, diesmal von der anderen Seite ein Foul. Das überrascht mich jetzt. Komm schon, Kollege. Komm, Jefferson. Moving on up. Ja, Freunde, jeder, der die Jeffersons nicht kennt, ihr habt TV-Geschichte verpasst. Komm schon. Oh, verdammt. 16 Sekunden. Hier gibt es natürlich jetzt die Fouls, um möglichst viel Zeit noch rauszuholen. Sehr schön. Das ist natürlich sehr gut für uns. Oh, Laurie, du guckst aber auch so ein bisschen leer aus deinen Augen. Verdammt. Das wird schwierig. Das wird sehr schwierig. Komm schon. Mann! Den 3 hätten wir jetzt gebrauchen können. Ja, es geht natürlich weiter mit den persönlichen Fouls. Das streckt das Spiel natürlich jetzt ungemein. Ja, und diesmal trifft Laurie. Ja, das Ding ist gelaufen. Also, 8 Sekunden. Ich bezweifle, dass man da 6 Punkte machen kann. Vielleicht jetzt sogar 7, wenn er das Ding rein... ja, 7. Vergesst es, vergesst es, vergesst es, vergesst es. Das Einzige, worauf wir jetzt echt noch hoffen können, ist... ein Buzzerbieter. Das ist ein Buzzerbieter. Social-Media-Herausforderungen geschafft. Dafür gibt es 100 VC. Das ist sehr gut. 174 dazu. Das gefällt mir. Sehr schön. Also, da können wir durchaus mit zufrieden sein, mit dem, was wir heute beziehungsweise jetzt an dieser Stelle mal geschafft haben. Also, Social-Media-Herausforderungen sollte ich definitiv nachgeben, wenn ich sehe, dass die 100 draufgeben. Ja, ordentliche Leistung, das ist besser als letztens unser schlecht und ich meine, solange wir, wenn wir mit einer C-Wertung... Was ist es wie, ihn auf dem Team und den typischen Verhältnissen, die du mit ihm entwickelt hast? Er hat eine gute Verhältnisse. Es ist ein bisschen Verlust-Hate-Verhältnis. Überall, es ist eine wunderbare Verhältnis. Wie ich gesagt habe, ich bin als Vett. Aber er sagt mir, wenn er ein Vett wird, ich fühle mich sorry für den Rookie. Er ist ein Rookie, you know. Aber ich habe viel Liebe für ihn und ich weiß, dass er ein guter Spieler in dieser Liga wird, wenn er hart arbeiten wird. Wie er es jetzt macht, ist es für ihn. Was denken wir? Ja, wollen wir weiter mehr Minuten fordern. Wisst ihr, was eigentlich bin ich, ich meine, wir kriegen so viel Rückhalt manchmal vom Team, ich sage mal alles bestens. I mean, ich weiß, you are man, do you know Bob from maintenance? yeah, I do he's a good man, you know tomorrow's his birthday what? don't forget to wish him a happy birthday when you see him in the hallway I will definitely not forget to do that and ask him to come by and clean my windows dude, I'm telling you, I've been working on it he's been pretty busy though you're the boss I know, well, I'm a nice boss that's the thing alright, well, I'm going to hit it Ja, der Trainer hat mich einfach ein paar Sekunden vorgelegt. Du bist leid für die Praxis, also du gehst da runter.